Unterbodenbeleuchtung Irgendwie leuchtet ich von unten grün Das sieht nicht so sehr warm aus hier Hast ihr dir jetzt Unterbodenbeleuchtung eingebaut oder wie? Ja klar Unterbodenbeleuchtung ist cool Ich erinnere mich gerade an den Roller von meinem Freund Der auch Unterbodenbeleuchtung hat Vor allem hat er Süßbeleuchtung Was ich ziemlich geil finde Aber okay Schmiere aufheben Will ich Schmiere aufheben? Ja, heben wir mal Schmiere auf Wiederverwertungskits Zwei Stück Klasse Ach nee, das ist hier Weg damit Nicht identifizierte Farbe Eispink Oder ja auch wieder irgendwas Was Was zur Hölle ist denn Eispink? Keine Ahnung Das ist ein Pink Das Männern das Blut in den Adern gefrieren lässt Vor Schock Ja, mir wahrscheinlich auch So Gute Frage Inventar Was haben wir denn da unten? Was können wir benutzen? Oh Gott, Pastellpink habe ich nur Wobei Da haben sie Und Fichtenfarbe Hey Erinnert mich irgendwie so an Minecraft Beschütze Gammarin Während er Naja, ganz bestimmt nicht Wir könnten jetzt Den Willow Weg Folgen zu der anderen Wegmarke Beim Anwendenweiler Oh, die Wegmarke ist nebenbei auch umkämpft Da haben wir also Spaß Wir könnten auch Wir könnten auch Die Wegmarke Wenn jetzt Falias Dorf nehmen Hätte ich gewusst Und schauen, was da gerade los ist Hätte ich gewusst, dass Hätte ich gewusst, dass du stirbst Hätte ich da auch hingehen können Na okay, mach mal das Wir gehen, ne Können wir ja vielleicht da diesen komischen Knallkopf da beschützen Sie wartet schon mal wieder auf mich Wir werden gleich wieder sehen, wer zuerst stirbt Knallkopf beschützen Oh Da ist irgendwie so ein Beschützer Da läuft sie Oh Weißt du, was geiles gerade ist? Den Knallkopf beschützen ist Ganz dämlich Aber wir machen das Event mit Dann weißt du nämlich, was ich jetzt meine mit Wir machen mal den Wurm Okay? Okay Sind ja noch ein paar andere mit dabei Wenn ich richtig sehe, ne? Ja So, ähm Ja, ja, bist gleich wieder da Ja, du bist doch schon wieder umgefallen Ja, ja Hier, komm, komm mal mit Lass den mal hier gut sein Wir haben gleich noch genug Events Wir laufen schon mal dahin, wo er am Ende hinkommt Aha Sie spoilert Ja Ich spoilere jetzt Du suchst dir am besten Ähm, da wo alles steht, würde ich behaupten Ja, aber man sucht sich am besten einen Einen schönen Platz So, hier, ne? Moment Und ich geh jetzt mal dahin, wo der Wurm ist am Ende Hier so ist der Wurm Und auf die Entfernung haut er uns noch auf die Mütze Ja, so ein Vieh hab ich schon So ein Vieh hab ich schon mal gelegt mit meinem Norden Da sind wir auch mit irgendwie 100 Mann drauf rum gehüppt Ja, genau Und ähm Im Endeffekt Musst du versuchen Auf deine ä... ...minimap zu gucken Dort kommt dann immer hier so ein Symbol von wegen äh So zwei Schwerter gekreuzt, ne? Die Viecher müssen umgehauen werden Er darf die nicht essen Oh, wow Wenn er sie isst, heilt er sich Seid vorsichtig Zurück! Zurück! Ist nicht gerade von Vorteil, wenn er was tut Kann man den auch kampf machen? Oh ja Kann man den auch kampf machen? Kann man stürzen Okay So Wo ist er? Kalarian Wo bist du denn? Wo bist du denn? Du bist da Versteck dich hier Huch Mö-mau 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 Schütze mir Du bist schon umgefallen gleich Ich versuche es, genau Nimm den Co-Moderator auf So bist du beschützt Ja genau, deswegen Ich bin dabei Anwendungen Ich stehe dir bei Und sobald wer kommt, laufe ich weg Musst mir nur folgen Oh mein Gott Mö-mau 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 Mö Zerstören Mö-mau 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 Mö Mö-mau Okay Mö-mau Mö ne, hab ich nicht eigentlich, ne? Nö, eigentlich haben wir kein Interesse an Gilden. Ich hatte, wo ich hier gejoint bin, wo du noch gebrauchen warst, glaube ich, auch schon wieder, wollen sie nicht in eine Gilde eintreten? Blablabla. Von der Gilde habe ich hier schon so 20 Mal bekommen. Dementsprechend, nein! Man sollte vielleicht in unsere eigentliche eintreten mit den Chars, damit das vorbei ist. So, das ist ein großer Wurm, ja? Ach, der da! Ich hab ihn nichtmals gesehen. Was, ich wurde eingeladen in eine Gilde? Ich auch. Äh, ignorieren? D-N-D-N? Ja. Ich bin schon wieder tot gerade. Ich heil dich! Nicht nur ich. Ah, okay, wir laufen noch. Das ist der Nachteil, weißt du, du musst wegstehen, damit du nichts abkriegst. So, jetzt. Ha, jetzt habe ich einen Punkt gefunden, wo ich nichts abkriege. Neben mir ist Sport und Pilz, den dreht ich erst mal Platz. Wie war das nochmal? Man muss Prioritäten setzen. Ja. Es geht ja auch nicht darum, dass wir da wirklich die großen Schaden machen, aber wir können dann vielleicht was Schönes kriegen. Ja, ja, genau. Ich sag mal so, auch ein Kleinvieh macht Mist, ne? Auch kleine Messer machen Schaden. Zwar nicht viel, aber er ist vorhanden. Aber wir kriegen vielleicht schöne Klamotten. Also von den Werten her, meine ich. Das ist möglich, ja. Also ich habe meine große damit eigentlich ausgestattet. Ich habe mir dann in der Handelslöwengesellschaft schöne neue Klamotten gekauft. Dafür, für das, was ich hier eingesammelt habe, immer bei den Eventen. Ah, ich kann ja noch einen machen. Noch einen. Okay, wir sind angekettet und wollen weglaufen. Sehr geil. Einen kann ich noch machen. Zack. So. So, drauf, da, drauf, da, drauf. So, noch ist auch keiner aufgetaucht von denen, die nicht gefressen werden sollen. Wie kriege ich denn Damage? Frag mich nicht. Ich bin gar nicht nah genug dran, dafür, dass ich Damage kriegen konnte. Ey, 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 ey. Ja, so eine Schlacht, wie gesagt, die habe ich mit meinen... Uhuhu, ich kriege auch ganz böse, gerade Damage. Ah, du hast ein Gift draufgekriegt. Äh, ja. Äh, wie gesagt, mit den Norn, den ich habe, den Totenschmerl, sowas auch schon mal mitgemacht, so einen Riesenwurm in der Eisebene dort zu legen. Ja, ich glaube, wir haben etwas länger auf denen rumgeprügelt und wir waren echt viel. Also, wir waren... Man hat eigentlich nichts mehr vor Angriffen gesehen. So viele sind dort rumgesprungen. Ja, das ist, äh, normal. Also, das hier ist noch echt überschaulich dagegen. Guck mal, die Veteranen tauchen auf. Jetzt ist so ein linkswurm da oben. Ja, ja, rechts oben. Das Kampfsymbol. Genau. Also, die Veteranen müsste man halt wegkriegen. Wenn, wenn er keinen trifft, gibt es sogar einen Erfolg für dich. Okay, das heißt, wo sind die Veteranen? Da hinten ist er. Er läuft ja auch überhaupt nicht dann auch noch extra da hin. Und da hat es mich umgehauen. Sollen wir mal gucken, ob mich auch einer heilt. Das wäre... Ja, da, danke. Das haben wir da raus aus der Fläche. Ist aber so, danke schreiben ist jetzt in der Situation etwas, äh, schwerfällig. Ja. Aber ich glaube, das können Sie sich auch denken. Alexis hat mich gerade angeschrieben. Ein Ja oder ein Nein wäre höflich gewesen zur Ablehnung der Gildeneinladung. Ähm, nein. Was soll ich da jetzt groß machen? Äh, hätte reingeschrieben Nein, äh, und während Aufnahme etwas schlechter. Hätte erst mal grübeln können. So, sorry, bin am Aufnehmen. So. War der denn jetzt gepressen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hoffen wir mal nicht. Ich hätte es dir gegönnt. Oh, ich bin schon wieder kurz Also, er hat sich, glaube ich, nicht wirklich geheilt. Ich glaube, wir haben es noch hingekriegt, den runterzukriegen. Ja, ich sehe dich schon wieder. Ja, ich will dich heilen und muss weglaufen. Moment, ich heile mich selber. Dreh dich um, dreh um, dreh um. Zerstören. Ach, da ist doch wieder einer irgendwo. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich habe gerade was ganz Böses gesehen. Er hat hier seine Exe, da. Als, ähm, I dabei. Und die heißt Ich bin ein Elf. Ja, also ich habe ja nichts gegen Humor, aber das das ist kein Elf. Warte mal, warte mal, warte mal, Naturwissenschaftler. Es ist alles eine reine Definitionssache. Okay, ich glaube, das Herzchen habe ich gerade vollgekriegt hier. Nun sieht es auch nicht mit den täglichen aus. Geht auch voran. Ah, super. Jetzt sind ja auch gerade zwei von den Mistviechern, die er nicht fressen soll. Ja, ich sehe das schon. Äh, ja, ich hau auf einen drauf, aber mehr kann ich auch nicht machen. Das Problem ist, dass es zu wenig sind gerade hier wahrscheinlich. Mal gucken. Vielleicht schaffen sie es ja noch. Oh, la, 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 la. Mann, kriegt man hier einen drauf? Ich habe auch irgendeine Nachricht bekommen oder Waffenschein. Ich weiß, ich schaue schon gar nicht mehr, was hier alles aufblinkt. Das ist zu viel. Die Framerate ist ja auch gerade so richtig berauschend hier im Kampf, ne? Ja, sechs Stück. Was? So viel? Naja, da kann ich damit... Ja, toll. Ich werde von diesem Mistviech vertrieben und stehe genau neben einem Vieh, das mich haut. Hat mich... Lass mich ja nochmal weg. Ah, super. Ich werde gleich drauf gehen. Ich werde gleich drauf gehen. Ja, ich bin drauf gegangen. Ach, du Scheibenkleister, du stehst da auch echt am Arsch der Welt. Ja, da hat der große Vorwand mich genau in die Richtung gescheucht und dann stand ich zwischen den dreien. Ja. Supi. Ja, jetzt liege ich hier erst mal. Ja, bleib da liegen. Ich liege. Ich würde ja so gerne helfen, aber das kann ich gerade nicht. Aber vielleicht ist da ein anderer so freundlich und hilft. Sieht nicht so aus. Naja, es wäre schon schön, wenn sie die Veteranen da killen würden. Hallo. Na, da gucken wir mal, was wir hier wieder alles haben. Außer, dass ein ganzer Haufen von meinen Sachen inzwischen kaputt ist. Ah, neuen Fertigkeitspunkt. Könnte ich ausgeben. Versuche sie einfach anzulocken. So, also. Komm mal mit, komm mal mit. Au, es heilt mich einer, es heilt mich einer. Weißt du, da habe ich jetzt dann doch richtig gemacht, das Ganze. Da haben wir nämlich versucht, die Viecher um sich rum erstmal wegzukriegen. Damit ich mich dann noch heilen könnte. Ah, jejeje. So war das aber nicht. geplant hier. Ah, ne.